Ja, hallo hier und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal der Projekte Klabek Software Group zu einem weiteren Livestream und zwar heute mit der Rücktour quasi von der Metrobus-Linie M2 in Fahrtrichtung Nikolaus-Knopfplatz. Da ist mir tatsächlich beim Arm-Ausholen jetzt die Flasche umgeflogen hier. Müssen wir mal wieder hier alles neu sortieren. So, aber dann kann es jetzt auch gleich losgehen. Ja, wir fahren heute mal etwas oldschool. Ja, und zwar liefern wir ja bei der Metrobus-Linie M2 nicht den Solaris 4 mit. Der ist ja nur in dem Düsseldorf-Add-on mit dabei. Das hier bei der Metrobus-Linie M2 handelt es sich um ein reines Karten-DLC, wie bei der Uppertal 639 auch schon. Und ja, deshalb natürlich auch deutlich, deutlich, deutlich günstiger als ein Komplett-DLC. Und deshalb fahren wir dann jetzt hier mal mit dem Bus quasi, der zwar nicht mitgeliefert wird, aber wo eine Lackierung zum mitgeliefert wird. Und ja, früher, ich meine auch gesehen zu haben, dass die Rheinbahn tatsächlich mal diese Busse auch im Einsatz hatte. Und ja, ich finde das immer wieder cool, auch mit dem Bus hier mal zu fahren. Auch wenn einige immer sagen, oh, der ist ja voll alt, mal können. Aber ja, ich finde den Bus eigentlich ganz cool. Letztendlich ist damit um sie zwei quasi, ja, aufgewachsen, würde ich mal sagen. Und eine Fahrt mit dem Bus lohnt sich eigentlich immer wieder mal. Ja, wir fahren jetzt hier gerade zu der Start-Haltestelle vor. Ich fahre jetzt heute ausnahmsweise auch wirklich mal auf dem Mini-DLC selber. Also ich fahre nicht auf der Karte Düsseldorf, sondern ich fahre wirklich auf der Karte, die quasi mitgeliefert wird. Und für die, die Düsseldorf nicht haben, ihr müsst dann einfach in der Kartenauswahl Düsseldorf M2 auswählen. Und für die, die Düsseldorf haben, die wählen ganz gewohnt einfach das Set-On-Düsseldorf aus. Und dann einfach quasi die Metro-Busine 2 M2 dann einfach wie gewohnt quasi fahren. Ja, wir haben jetzt gerade hier ein bisschen Boot. Wieder fahren. Wir haben auch gerade hier gerade keinen U-Bahn-Verkehr. Aber da kommt gerade der Gegenkurs. So. Stimmt, dass das für Wuppertal ein Update kommt. Also es ist tatsächlich ein Update geplant. In Kürze. Aufgrund der Schwebebahnsperrung sind wir da aber aktuell noch am überlegen. Moment mal, drei. Dankeschön. So. Sind wir aktuell noch am überlegen, ob wir das auch wirklich machen. Weil letztendlich könnte man die Schwebebahn nur noch am Samstag und Sonntag fahren. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Hallo. Einmal für die Stufe A, bitte. Wenn wir damals das Entordnen herausgebracht haben, hätte auch nie einer damit gerechnet, dass die Schwebebahn für ein Jahr mal eben wieder stillgelegt wird. Danke. Wer hätte das gedacht? So. Wir fahren pünktlich vom Staufenplatz los. Bum. Äußerst pünktlich. Wir fahren hier direkt auch auf der rechten Spur. Ja, in der letzten Folge haben wir ja wie gesagt die Metrobuslinie M2 schon in der Gegenrichtung gezeigt. Heute zeigen wir die M2 quasi in Richtung Nikolaus-Knopp-Platz. Dann hat man wenigstens beide Seiten mal gesehen vorgelesen. Da ist die Stadtbahn gerade gewesen. Das sind die U72. Ach, wir sind ja gar nicht die 733. Wir sind ja der Metrobus. Wir überspringen quasi die Haltestellen. Die Stadtbahn, die hier quasi in der Mitte verkehrt. Und finde ich persönlich, also ich war jetzt schon öfters in Düsseldorf ja gewesen, durch Fotoaufnahmen und habe mir natürlich auch immer da die Gegend ein bisschen auch angeschaut. Und ich muss sagen, die U72 ist wirklich eine faszinierende Stadtbahnlinie. Also ich bin sie komplett schon gefahren. Und muss aber sagen, der Abschnitt eigentlich ab Wilk, sag ich mal, bis Ratingen, das ist schon echt cool. Das muss man schon lassen. Also das ist wirklich eine schöne Linie. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, warum sie zu machen. Problematisch ist halt das Fahrzeug. Das ist eigentlich auch an sich für mich ein Problem, das Ding zu bauen. Nur, ich habe es einfach bei der Schwebebahn gesehen und auch damals bei der NF6D so ein Schienenfahrzeug bauen. Ja, das ist nicht mal eben ohne. Da gehört ja viel Experimentieren und also viel, 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 viele, viele Stunden gehören dazu, wo man wirklich experimentieren muss. Und man bekommt quasi keinen Schritt vorwärts in der Karte, sag ich mal. Also so ein Schienenfahrzeug zu entwickeln, an sich ist skriptseitig, ist gar nicht so das große Problem. Das Schienenfahrzeug aber so zu bauen und zu modellieren und dann zu testen. Und das muss dann passen mit der Strecke und ja, das ist immer sehr aufwendig. Mösenbrucher B. Unsere erste Haltestelle. Hallo. Machen Sie doch mal die Preisschule. Na mal, wenn dies das schön geht. Bitte sehr. Für mich bitte einmal Preisschule A. Einmal die Preisschule A, 2.10 zurück. Ja, Preisschule A kostet in Düsseldorf 2,90. Da es eine Großstadt ist, ja, es gibt da einzelne Städte, die haben 2,90. Die anderen Städte haben 2,80. Warum das der VRR gemacht hat. Ich glaube, er hat es damals begründet damit, dass in Düsseldorf, Quartal und diversen anderen Großstädte, dass da halt deutlich dichterer Takt ist und deswegen das 10 Cent teurer ist. Ja, bringst du noch eine Add-on heraus, also ein richtiges vollwertiges Add-on mit Bus oder Straßenbahn und Karte zusammen oder was auch immer. Ich glaube nicht mehr. Also es ist auf jeden Fall aktuell nichts geplant, dass ich einen Bus und eine Karte zusammen nochmal rausbringen werde. Es gibt die natürlich immer wieder, ach, ich muss ja, ich war noch nicht die 733. Also es gibt natürlich diverse, äh, was ist denn jetzt da los? Das muss mir jetzt mal jemand erklären, was da los ist. Das habe ich jetzt auch zum, ich jetzt auch zum allerersten Mal hier. Das ist schon merkwürdig, ne? Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, ähm, also zurück zum Thema, äh, also ein vollwertiges Add-on, ne, äh, ich nicht mehr machen. Also ich, momentan nicht, habe ich auch keine Zeit für, muss ich auch ganz, äh, ehrlicherweise sagen. Dafür fehlt mir einfach die Zeit dazu, raubt mir quasi mein aktueller Job einfach, äh, ja, zu viel Zeit und zu viel Nerven, äh, dass ich da nochmal was Größeres in dieser Form, wie Düsseldorf, Wuppertal, Ruhrgebiet oder Gladbeck mache. Also ich finde diese Mini-DLC-Geschichte, finde ich persönlich auch viel, viel interessanter. Ähm, Mini-DLCs kann ich erstmal unabhängig von der Stadt machen, ja, also ich muss jetzt nicht zwingend in Düsseldorf alle Mini-DLCs oder in Wuppertal oder Ruhrgebiet ansiedeln, sondern ich kann zum Beispiel in Dresden, Leipzig. Was weiß der Geier, in sämtlichen Städten kann man sich quasi so ein Mini-DLC vorstellen, wo quasi, also Mini-DLC ist für mich ein reines Karten-DLC, ja, das hört sich immer so, ja, klein an, Mini-DLC, ja, im Wuppertal 639, das war ja auch nicht wirklich sehr groß, äh, hat dafür aber auch nur 4,95 gekostet. Aber, äh, ich sag mal, so eine M2 hier, das ist schon eine große Linie, ne, äh, das ist schon, äh, wirklich eine sehr große Linie. Und, äh, deswegen Mini-DLC hört sich immer so klein an, ist, aber, äh, mich ist es eigentlich ein reines Karten-DLC, sag ich mal. Ja, also das ist für mich quasi ein Mini-DLC, also ein reines Karten-DLC. Und, äh, da kann ich mir sämtliche Städte vorstellen, ne, da kann man überall, auf der ganzen Welt, könnte man sich diese Sachen halt vorstellen. Es wird halt keinen Bus mehr dazu geben. Und sind wir mal ganz ehrlich, man zahlt immer, sag ich mal, einen höheren Preis, ähm, weiß ich nicht, 10, 12, 15 Euro, sag ich mal, für einen Bus, äh, als Beispiel. Und, äh, letztendlich, äh, sag ich mal, ja, ne, die Busse gibt's halt meistens schon. Ich meine, wenn ich jetzt, sag ich mal, als Beispiel sage, ich mach jetzt Oberhausen, halt jetzt als Beispiel, so. Was glaubt ihr, was das Gemecker wieder groß sein wird? Äh, da kommt ja schon wieder ein C2, ja, ich sag mal, Oberhausen hat jetzt natürlich auch MANs, aber auch wenn ich ein MAN bauen würde, ja, oder ein MAN machen würde, äh, mitliefern würde, ja, das, es ist halt, äh, ja, ihr habt diesen Bus ja irgendwo schon, ja, und, äh, man merkt das ja auch, und man sieht es ja auch, ne, die Leute sagen immer, ja, den Bus gibt's ja eigentlich schon, ne, und, äh. Ja, ist halt immer so ein zweischneidiges Pferd, sag ich mal, ne, hat immer ein, zwei Seiten. Und, äh, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, man macht jetzt nochmal, sag ich mal, Oberhausen als Beispiel, als große Karte, dann gibt's dann wieder ein C2 mit der Stoag-Lackierung, mit der Stoag-Ausstattung, ja, äh, 90% wird dann sagen, äh, so eine Scheiße, äh, schon wieder ein C2. Und, äh, 10% wird sagen, juhu, endlich gibt's in Oberhausen ein C2 mit der Ausstattung auch, ne, und, ja, also sehen wir das mal realistisch, ja, äh, man braucht letztendlich nicht noch ein Bus, also bin ich zumindest der Meinung. Ja, ja, ich brauch zum Beispiel persönlich keinen weiteren C2, ich brauch persönlich keinen weiteren Solaris, ich brauch, äh, keinen weiteren MAN. Weil, äh, weil es die Busse quasi in jeglicher Form irgendwie schon bei irgendwelchen DLCs halt gibt, in diversen Ausstattungen. Und, äh, ja, deswegen, es macht mehr Sinn, wirklich, äh, sich einfach mal auf Karten und Städte zu konzentrieren und zu sagen, okay, ich liefere jetzt wie hier bei Düsseldorf eine, äh, Lackierung zu dem, zu der Karte mit quasi. Und, äh, jeder kann dem, äh, ich mein, 90% von euch wird diesen Bus wahrscheinlich auf Karte, auf der Karte nie fahren. Ja, 90%, äh, von euch werden, äh, den Solaris von Düsseldorf nehmen oder den, den, äh, weiß ich nicht, MAN oder Citaro von Altair oder was weiß der Geier. Ja, ja, ihr werdet euch diverse Busse nehmen und dann hier auf dieser Karte fahren, weil das euer Lieblingsbus quasi ist. Ja, und natürlich kann man dieses DLC, sag ich mal, dann jetzt 15 Euro teurer machen und sagen, hey, ihr kriegt sogar noch ein Solaris dabei. Ja, toll, dafür habe ich aber auch 15 Euro mehr bezahlt. Ja, also das ist immer so ein, naja, hat immer zwei Seiten, ne, und, äh, ich glaube einfach, äh, die Seite, die wir gewählt haben, zu sagen, okay, wir bieten eine Karten-DLCs. Das ist aktuell jetzt erstmal nur noch an, vielleicht kommt noch was, ich habe auch noch ein paar Projekte in der Schublade, wo ich sage, okay, das könnte durchaus interessant sein, nochmal umzusetzen. Und, äh, wäre auch für euch, bin ich mir ziemlich sicher, auch für euch interessant. Und, äh, also hier weiß ich nie so richtig, warum das so wirklich da ist, irgendwo sind da Straßenschäden. Ja, auf jeden Fall, äh, sicherlich auch für euch interessante Projekte, aber, äh, ja, muss man dazu jetzt nochmal einen neuen Bus mitliefern und dann dafür den Preis wieder nach oben. Na ja, ich glaube, da sind wir besser, fahren wir alle besser mit, wenn wir dafür weniger zahlen und sagen, okay, wir fahren, wir haben die Karte, wir haben eine passende Lackierung, sag ich mal, zu dem Standardbus. Und, äh, man kann die Karte fahren mit dem Bus, den man mag. Ja, wir sind jetzt an, äh, Johannstraße. Genau, wir sind jetzt an der Heinrichstraße gerade vorbeigefahren, ziemlich großer Knotenpunkt für Stadtbahn und Straßenbahn und Bus. Und fahren jetzt hier gerade über die Zugbrücke von der Eisenbahnstrecke zwischen Duisburg und Düsseldorf. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Johannstraße, quasi da, wo die ganzen großen, ja, Häuser sind. Ja, jetzt sehe ich gerade die Frage, ich hoffe, ich bin jetzt nicht ganz so weit zurück, ähm, ob es noch die Linie, Metrobuslinie 1 geben wird. Also, ja, es ist noch ein, äh, so aktuell ist es zwar noch nicht offiziell geplant, aber wir haben ja schon die Umfrage gemacht, was ihr euch am liebsten wünschen würdet für Düsseldorf. Äh, als, äh, ja, wenn das hier gut läuft mit der Metrobuslinie 2, was ihr euch noch wünschen würdet als, äh, Erweiterung. Und, äh, da hatte jetzt jemand, äh, oder viele haben geantwortet, die Metrobuslinie 1 mit der 730. Und, äh, oh. Und, äh, viele haben sich die 721 gewünscht. Die 721 kreuzen wir jetzt gleich im Übrigen auch. Und die M1 ist auch gerade schon quasi ein kleines Stück mit uns gefahren. Ähm, ich zeige euch gleich mal, wo die 721 uns kreuzt. Ja, möglich ist natürlich alles, ne. Ich kann auch die Metrobuslinie 1 bauen. Ähm, und ich kann auch die 721 bauen. Wobei ich bei der 721, ja, so ganz große Angst habe mit dem Flughafen Düsseldorf. Also, die Linie fährt quasi, äh, ich sag mal vom Arsch der Welt in Düsseldorf. Ja, durch das Stadtzentrum durch mit Hauptbahnhof und den ganzen Gedöns. Ja, hört sich toll an, ich weiß, ja. Äh, hört sich nach viel Action an und viele Linien und alles toll. Und alles schön. Ähm, aber, und das ist das große ABER, dieser Bus fährt nicht nur an dem Hauptbahnhof vorbei, was eine riesengroße Polygonbombe wäre, sondern wird auch den Düsseldorfer Flughafen anfahren. Und wer mal am Düsseldorfer Flughafen war, der weiß, dass im Untergeschoss quasi die Busse, die Buslinien halten. Ich weiß jetzt nicht, ob da nur eine hält, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die 721 da unten hält. Und jeder weiß, wie der Flughafen Düsseldorf aussieht. Und jeder weiß, wie der gebaut ist. Und jeder weiß, wie, ja, platzsparend der gebaut worden ist. Also, ich würde vermuten, der Flughafen ist auf drei Kacheln hier in Omsi. Also, drei Haltestellen dran. Ja, drei Haltestellen, eine Kurzstrecke ist das dann. Zwei, drei, vier, fünf. Bitte sehr. So, und der Flughafen ist halt auf drei Kacheln, würde ich jetzt vermuten, gebaut. Ich habe es mir noch nicht angeguckt in Omsi. Ich könnte mir das mal tatsächlich die Tage mal anschauen. Und der ist auf drei Kacheln, sage ich jetzt mal, gebaut. Und auf diesen drei Kacheln sind so viele Objekte, wie auf normalerweise 20 oder 25 Kacheln. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für einen krassen PC ihr dafür benötigt, um nur diese drei Kacheln spielen zu können. Ich habe tatsächlich, und das ist meine Befürchtung, die ich habe bei der Flughafenlinie, bei der 721. Ich habe die Befürchtung, dass, wenn es dann irgendwann auskommen sollte, dass das voll gehypt wird wieder. Dass da was rauskommt. Dass ihr dann, sage ich mal, 25 Kacheln fahrt. Und dann kommt der Flughafen. Und dann kommt ihr nicht mehr weiter. Und dann deinstalliert sich Omsi, weil Omsi nicht mehr klarkommt mit so vielen Objekten. Und dann ist das Gejammere wieder hoch. Die Performance ist so scheiße. Und ja. Braucht ihr da sowas für eine Tageskarte? So, jetzt ist eine Tageskarte da. Bitte sehr. 20, 40, 60, 80. Danke schön. Bitte sehr. Ja, also, Flughafen, ja, ich habe viel Verständnis dafür, dass ich das natürlich auch nicht wünsche. Gerade Düsseldorf, Flughafen, ist ja wirklich das bekannteste in NRW. Also wer in NRW den Flughafen Düsseldorf nicht kennt, weiß ich nicht. Der hat irgendwo was falsch gemacht in seinem Leben. Aber, ja, Flughafen Düsseldorf halt, ne. Das ist halt ein riesen Ding. Ja, und das ist eine Polybombe hoch 10. Und da fährt ja noch der Skytrain da oben. Und dann fahren da oben auf der Ebene 1000 Autos. Unten fahren 1000 Autos. Schranke hier, Schranke da. Ampel da, Ampel hier. Fußgänger, dann... Allein die Verkehrszeichenflut, ja. Ich glaube, allein auf diesen drei Kacheln stehen bestimmt gefühlt 1000 Verkehrsschilder. Ja, das ist wirklich... Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist, weiß ich nicht, das ist einfach krass, wenn man wirklich die 721 bauen würde. Deswegen, also wenn man Düsseldorf erweitert, ich persönlich, und das ist wirklich meine persönliche Einschätzung, würde es besser finden, die Metrobus-Linie 1 zu bauen. Weil, A, dann habt ihr ein rundes Paket, dann habt ihr drei Metrobus-Linien. Ihr könnt von Seestern bis Reißholz fahren, dann könnt ihr von Benrad bis, ich weiß gerade gar nicht, wo der M1 da oben hinfährt. Ich vergesse die Endhaltestelle immer. Auf jeden Fall kurz vorm Flughafen endet die. Und ihr habt die M2 dann hier jetzt mit Staufenplatz und... Staufenplatz und Nikolaus-Knoppplatz. Und, also damit habt ihr viel von Düsseldorf, wirklich. Also das, das ist wirklich schon viel, ja. Allein die Metrobus-Linie 2, die ist schon, die ist wirklich schon groß, ne. Also das, deswegen eigentlich, wirklich doof, dass man, dass man vereinbart hat, dass man das Mini-DLC nennt. Aber, äh, so Mini ist die M2 einfach nicht. Die M2 ist, äh, ja, einer der, ja, auf jeden Fall interessantesten, äh, und vor allem dichtbautesten Buslinien in, äh, Düsseldorf. Mal abgesehen vom Flughafen jetzt. Das sieht man ja auch hier, diese ganzen hohen Gebäude. Hochhäuser hier, Hochhäuser da, Straße da, Straße da, Straße da, Verkehrsschilder überall. Ja, man sieht das ja hier schon, dass das wirklich, ja, nicht wenig war. Für mich bitte einmal die Preisstufe A. Einmal die Preisstufe A, aber sie schattet. 4 Euro, danke sehr. Ja, also, wenn man, sag ich mal, so was macht, ja, dann, ja, man muss halt immer die zwei Seiten sich betrachten, ne, das ist halt so. Viele haben ja auch gesagt, äh, warum haben wir in Düsseldorf die M3 gebaut? Ja, weil die M3 einfach, ja, am meisten in dem Fall geboten hat, ja, die M3 hat wirklich, sag ich mal, die Hotspots, äh, und, äh, ja, die wohl größte Sehenswürdigkeit, mit Ausnahme des Flughafens, ja, die größte Sehenswürdigkeit mit dem Fernsehtun natürlich berücksichtigt, halt, ne, das war halt einfach mit der M3 am besten, äh, umsetzbar. Zu kam, dass wir da auch noch die 700, ach, 835 und 836 damit integrieren konnten. Im Übrigen, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, äh, ich hab, äh, Bios, äh, let's play gesehen und ich hab mir auch den ÖPNV-Simulator, äh, in mir angeguckt und da waren ja diese nach, die, mein Gott, diese Nachlade-Ruckler, und, äh, die haben wir jetzt in den Griff gekriegt. Also, es war, es war ein Fehler von uns, wir hatten das irgendwie, äh, ja, der hat immer diese Nebenkacheln, äh, was ist denn los heute hier? Diese Päsche irgendwo aus, steigen wir uns jetzt halt. Ja, diese Nachlade-Ruckler quasi, die, die haben wir quasi vernichtet, sag ich mal, ja, und, äh, ja, also ihr werdet es gemerkt haben, aber die PV-Benz ist übrigens auch deutlich jetzt besser geworden, ja, die war eh schon auf, äh, Düsseldorf relativ gut und, äh, ja, durch das, äh, ja, durch dieses Schlangenlinienbauen, was wir jetzt hier in Düsseldorf ja, äh, gemacht haben und nicht in die Breite gebaut, äh, ist die Performance ja auch deutlich, deutlich besser und angenehmer. Äh, D-Stockum Freilichgradplatz. Kann ja sein, dass an diesem Freilichgradplatz eine Araltankstelle ist. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass in Düsseldorf ziemlich viele Araltankstellen sind. Das weiß ich nicht, aber es ist wirklich so. Also mir ist es wirklich aufgefallen, dass es in Düsseldorf, dass es wirklich sehr viele Araltankstellen gibt. Am Seestern. So, und da hinten seht ihr schon, ja, die ganzen Hochhäuser wieder von am Seestern. So, da haben wir rot. Schnell vorfahren. Ja, man sieht hier auch wieder eine Araltankstelle. Ja, genau, das ist der Berliner Fernsehtum. Ey, wirklich, irgendjemand hat das gesagt, ne, der Fernsehtum in Düsseldorf ist ja eigentlich der, der in Berlin-Spandau steht. Erstmal steht in Berlin-Spandau, glaube ich, gar kein Fernsehtum. Aber, ja, irgendjemand hat gesagt, das ist der Berliner Fernsehtum. Das ist nicht der Düsseldorfer Fernsehtum. Ja, siehste, Timo, da war ich tatsächlich mal auf Toilette an der Araltankstelle. Äh, ich war am, äh, ich war tatsächlich, äh, der kannte abgeholt, äh, Freunde vom Flughafen. Wir haben gefragt, ob ich sie abhole. Und, äh, ich musste aber so dringend auf Toilette. Und, äh, die waren jetzt auch noch am Kofferband und waren eh schon verspätet. Und dann sagte ich mir irgendwann, oh Mann, ne, das hältst du nicht mehr aus. Und ich wollte, war zu geizig, muss ich echt sagen, ne, da war ich im Sparfox, wollte die 3,50 Euro Parkgebühr mir ersparen vom Flughafen. Also sollte irgendjemand vom Flughafen Düsseldorf zuhören. Ja, ich hab versucht, 3,50 Euro bei euch einzusparen. Und, äh, ja, wie gesagt, bin an einem Flughafen, äh, wollte ich nicht parken und dann da auf Toilette gehen, sondern, äh, hab dann die nächste Araltankstelle. Weil ich weiß, Araltankstellen haben immer diese Tretten auf jeden Fall. Und, äh, ich glaub, jede Tankstelle hat's, aber bei der Aral weiß ich's auf jeden Fall. Oder wusste ich's auf jeden Fall. Und dann hab ich einfach, äh, Navigation Aral eingegeben. Und dann kam diese Araltankstelle an diesen Freilichgradplatz da. Das ist so ein Riesen-Kreisverkehr, so wie Berlin-Spandau, da dieses Riesending da am Rathaus da, glaub ich, ist das, da ist ja auch so ein Riesen-Kreisverkehr. Ja, so ein Ding ist da auch in Düsseldorf. Alter Schwede. Auf jeden Fall so ein Riesen-Kreisverkehr und da war eine Araltankstelle. Und natürlich, genau, Berliner Landtag ohne Kuppel steht natürlich in der Nähe vom Berliner Fernsehturm. Ja, natürlich. Das, äh, deutsche Landtagsgebäude, ne, ach, deutsche Landtagsgebäude. Das NRW-Landtagsgebäude steht, äh, in Düsseldorf. Ohne Kuppel. Aus Berlin geklaut. Ja, das ist halt, äh, et is halt wie et is. So, ich, äh, hab jetzt ein bisschen den Chat aus den Augen verloren. Ich hab aber auch schon eine Verspätung von 4,5 Minuten. So, diese Stelle kennen wir eigentlich aus der, mit, vom Düsseldorf DC selber. Das ist der einzige Schnittpunkt mit der alten Karte hier. Hier der Bereich, einem, äh, Seestern. Ansonsten haben wir keine Berührungspunkte quasi mit der alten Düsseldorf-Karte. Alle wollen, oh nein, doch, doch, die will, glaube ich, Fahrkarte, nein. Oh Gott, sei Dank. Ach, die Türen sind immer noch nicht zu. Irgendeine Tür ist noch offen. Jetzt nicht mehr. So, wir können weiterfahren. Oh. Da hab ich den Bordstein mitgenommen. Oh, wir haben grün, wir haben grün. Wir geben Gas. Prinzenallee. Ja, die Prinzenallee ist der nächste Halt. Und hier gibt's tatsächlich auch einen Schnittpunkt mit der Lotus-Karte Düsseldorf. Ja, also hier überschneiden wir uns quasi mit der Lotus-Karte aus Düsseldorf. Das war gleich hier rechts und links. Also dieses Straßenbahn-Abschnitt hier, den gab's, glaube ich, damals noch nicht. Der ist, der scheint relativ neu zu sein. Das sieht man auch, ähm, an dem Pflasterstein. Der scheint irgendwie so um die 2000er-Jahre dazugekommen zu sein. Letztlich mal. Ich weiß es aber nicht. Hallo. Und hier quasi an der Kreuzung fährt von links nach rechts und von rechts nach links, äh, ja, quasi die Lotus-Karte Düsseldorf. Äh, das ist falsch. Das ist 10, 20, 40, 60, 80. Ja, wenn man die Euro-Kasse nicht eingebaut hat, dann ist das echt, äh, shit. Da klar zu kommen. Und, äh, ich bin halt früher auch gerne Fahrstuhl gefahren. Und, äh, wenn man dann, äh, wenn es dann hieß, irgendwann einmal im Jahr, wir, äh, fliegen in den Urlaub oder alle zwei Jahre, äh, dann, die erste Frage war immer, hat das Hotel ein Panorama-Fahrstuhl? Ja, das fand ich immer toll. Panorama-Fahrstuhl. Also früher. Finde ich heute noch toll, ja. Ja, aber, äh, damals fand ich das, äh, richtig klasse als Kind. Und, äh, ich bin ja, äh, der ein oder andere weiß es, ich bin ein riesengroßer, äh, ja, Kreuzfahrer-Fan. Ja, also ich, äh, fahre unglaublich gern Kreuzfahrtschiffe, ähm, hat natürlich auch irgendwo was mit Transport von Leuten zu tun, ähm, oh Wunder, was ein Zufall. Ja, ich interessiere mich nicht nur für Busse, Züge und, äh, ja, Schwebebahn und sowas, sondern ich interessiere mich auch für Kreuzfahrtschiffe, also auch Personenbeförderung. Und, ähm, ähm, dann gibt's, äh, gibt's, äh, die Reederei AIDA, äh, sicherlich hat jeder schon einmal gehört oder gesehen, und, äh, zumindest die Werbung davon. Und, äh, da gibt es zwei Kreuzfahrtschiffe von AIDA, die haben auch Panorama-Fahrstuhl, sind zufälligerweise auch meine beiden Lieblingsschiffe, also die, äh, AIDA Prima und AIDA Perla, äh, wer schon mal drauf war oder wer sie schon mal zumindest gesehen hat von hinten, äh, von außen, der muss mal hinten drauf achten, am Heck des Schiffes sind so zwei gläserne, äh, ja, gläserne Türme. Und in diesen gläserne Türmen versteckt, das, äh, sind einige bis heute noch nicht mal, selbst die, die auf dem Schiff fahren, da sind, äh, jeweils zwei Panorama-Fahrstühle versteckt. Wenn ihr nächste Mal das Schiff seht, achtet mal da auf diese zwei gläserne Türme am, am Heck des Schiffs, da sind, äh, Panorama-Fahrstühle. Ja, so kommt man von Panorama-Fahrstühle, äh, zu AIDA. Ja, 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 ich bin zu spät, halt. Genau, danke, danke, ja, 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 wir wissen's, wir wissen's, danke sehr, ja, sechs Minuten, ich weiß. Jetzt steigen's ein, umso schneller sie einsteigen, umso schneller kommen wir vorwärts, danke sehr. Weiter einsteigen, weiter einsteigen, ja, finde ich auch. Weiter, 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 mein Gott. Gut, also wir halten fest, ich werde nie Busfahrer werden. So, weiter geht's. Genau, die Linie endet dort. Ja, dann kommen wir schon so langsam, ganz langsam zum Ende dieses Livestreams. Es sei denn, ich überlege gerade, ob ich euch noch was zeigen soll. Ja, doch, ich zeig euch doch noch mal was. Aber das ist wirklich noch mehr als Alpha-Version und mehr als unfertig. Das ist quasi, ja, eine Woche Outside jetzt erstmal, was ich gleich zeige. Und, äh, der eine oder andere wird es dann vielleicht schon erkennen, aber der eine oder andere, dem wird wahrscheinlich das gleich noch nichts sagen, aber das kann ich euch halt gleich noch mal zeigen. Gucken, ob das hier geht, was ich hier machen kann. Schauen. Ja, wir sind, äh, jetzt hier, wie gesagt, kurz vorm Ende der Metrobuslinie M2. Äh, ja, wie ihr seht, ist die M2 einfach, äh, ja, eine verdammt lange Linie eigentlich auch. Und 11,3 Kilometer ist schon, äh, ja, nicht wenig, würde ich mal sagen. Und, äh, vergleichbar, wenn ihr jetzt Ruhrgebiet hat, ungefähr vergleichbar mit der 200, Linie 249, so von der Länge her, ungefähr vergleichbar. Die längste Linie war ja die ursprüngliche SB16, die haben sie ja gesplittet jetzt. Das war ja ursprünglich mal die längste Linie. Ich glaube, jetzt ist es wieder die Buslinie 253. Nein, ich kann mich aber auch gerade irren. Oder der SB24, der ist ja auch, ne, der könnte, glaube ich, auch, der könnte, glaube ich, sogar noch einen Ticken länger sein. Ja, hier fahren wir durchs, äh, ja, durchs, äh, ja, Friedhofs, äh, Gartenparadies, würde ich mal sagen. Ich meine, dass es eher so ein Friedhof ist. Zumindest heißt die Haltestelle so. So, und hier müsst ihr rechts rein. Hier spawnt ihr im Übrigen unter dieser Brücke, wenn ihr in, am Nikolaus-Knopf startet, spawnt ihr quasi hier, äh, unter dieser Brücke. Ja, der SB16 fährt nicht mehr bis, oh, zopp. Also, das hat sich, äh, wie gesagt, die haben die Linienführung komplett erneuert da. Also, der SB16 fährt jetzt wirklich nur noch bis, äh, äh, zu dieser Kirche da. Also, Schulze-Dirlittstraße und dann ist ja da diese Kirche. Ach, Kirche-Krankenhaus, sorry. Also, weiter fährt der SB16 mittlerweile nicht mehr. Der Vorjahr war am längsten damals bis, äh, Dorsten, beziehungsweise Buhi-Park. Und, äh, ja, das haben sie ja, weil die Strecke zu lang war und dadurch immer so viel Verspätung eingefahren worden ist, haben sie das ja irgendwann gestrichen. So, ja, M2, ne, SB91, ne, der ist nicht so, ist nicht der längste. Also, SB24 könnte durchaus sein, aber SB91, der ist definitiv nicht so lang. Der SB91, der hat nur so eine lange Fahrzeit, weil der an jeder Shit-Haltestelle quasi hält. So, ich habe mal eine Frage, was du, ne, ich glaube, 89 oder 81, äh, was du mit Linienwege im Mainz geändert, verstehe ich gerade nicht so wirklich, ähm, da habe ich irgendwas verpasst, äh, 151 updaten. Ja, ähm, wir sind aktuell dran, am Ruhrgebiet tatsächlich, Fahrlinien zu ändern. Äh, genau, die 267 haben wir jetzt schon original drin im Ruhrgebiet DLC. Ja, der SB91 ist halt, ne, wirklich, ach, da beschweren sich ja bis heute noch die viele Leute darüber, dass der einfach an jeder Scheiß-Haltestelle hält, ne. Ich meine, ich kann das verstehen, der 259, der ja parallel fährt, der, äh, dass der irgendwann den, den Takt halt nicht mehr halten kann, halt, ne. Die haben ja so einen 10-Minuten-Takt, das heißt, der 259 kommt, 10 Minuten später kommt der SB91, 10 Minuten später kommt wieder der 259, 10 Minuten später der SB91. Ich kann das ja verstehen, ne, dass man da sagt, okay, man will halt da auf dem Abschnitt den 10-Minuten-Takt halten, aber, äh, wenn der SB91 jetzt, sag ich mal, wirklich, äh, jede zweite oder dritte Haltestelle überspringen würde, dann wird der natürlich irgendwann auf dem langen Abschnitt irgendwann den 259 überholen, dann würden zur gleichen Minute quasi beide Busse kommen und irgendwie muss der 59 dann den SB91 überholen lassen, damit der weiter pünktlich ist. Also, wie gesagt, ich kann die Problematik verstehen, äh, was ich nicht, was ich noch nicht verstanden habe, warum sie den damaligen Vorschlag nicht umgesetzt haben, wo es hieß, Ja, der SB91 fährt quasi, äh, alle 10 Minuten von Oberhausen Zentro bis, äh, Oberhausen Hauptbahnhof bis, äh, Gladbeck, äh, Goetheplatz und alle 20 Minuten fährt er weiter bis Burrathaus. Das war eigentlich ein richtig, richtig guter Vorschlag. Dafür würde es den 259, äh, nicht mehr geben und der 260 würde quasi, der ja jetzt an der Burrstraße endet, würde verlängert werden mit der 259, äh, Strecke bis, äh, Goetheplatz. So hätte man quasi zwar eine Linie an sich weniger, aber man hätte immer noch den 10-Minuten-Takt und man hätte den 260 als Gelenkbus. Also, hätte ich, persönlich fand ich die Lösung am besten. So, äh, jetzt wollte ich euch noch was zeigen, ne? Ich, mal gerade kann ich hier überhaupt ein neues Spiel starten. Gucken, ob ich das, das hier so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Könnte sein, dass bei euch jetzt gleich das Bild schwarz wird. So, neue Spiel starten. Kann man das hier schon auswählen? Ja, das müsste schon gehen. Das ist doch schön. Start. Mal gucken, ob das überhaupt klappt. Das ist jetzt wirklich noch was im, wirklich Anfangsstadium ist, ne? Also, so könnt ihr euch vorstellen, so sieht eine Karte eigentlich vorher aus. Moment, mal dahin gehen, wo ich hingehen muss. So, hier habe ich angefangen. Das ist ja das. Die Zeit ist ein bisschen gut. Der Licht. So. So sieht quasi, ja, am Anfang, also so sieht am Anfang eine Karte aus. So, ja, und dann baut man halt Stück für Stück, sag ich mal, baut man hier dann die Straßen, ne? Wobei jetzt hier noch nicht fertig ist. Hier sind noch keine Markierungen, nichts gelegt. Das wird im Übrigen eine Multifunktionsstraße hier werden. Das ist eine Straße, die quasi in zwei Spuren morgens in diese Richtung führt und abends in zwei Spuren diese Richtung. Also, das wird eine Multifunktionsstraße werden. Ich zeige euch später mal, wenn das dann mal hier fertig ist, was das genau wird. Ja, hier fehlt natürlich die Anbindung, alles. Also, so sieht quasi eine Karte aus, wenn man die anfängt zu bauen. Hier steht schon das, ja, erste richtige Objekt, reale Objekt. So, und dann geht es halt hier diesen wunderschönen Kreisverkehr. Jetzt fallen hier natürlich noch LKWs und alles. ist alles noch im Bau gerade hier. Und hier ist, sage ich mal, so das erste Stück, was so ein bisschen zeigt, dass es langsam fertig oder zumindest in die richtige Richtung geht. Hier kommt dann noch ein riesiges Hotel hin und gehen wir noch hier weiter. Genau, hier ist wieder diese Multifunktionsstraße. Also, wie gesagt, das ist so der erste Abschnitt, den ich jetzt mal hier so angefangen habe zu bauen. Und wie ihr seht, ist das alles noch wirklich, wirklich, wirklich weit entfernt von von fertigen Zustand. Aber einfach mal so für die, die so sagen, ja, eine Karte baut man ja mal eben so. Also, ich habe für das hier eine Woche gebraucht, was jetzt hier steht. Und das ist noch nicht mal detailliert. Also, das ist quasi grob, ein paar Straßen, ein paar Markierungen und ja, mehr ist das eigentlich noch nicht. Und dann, hier später, fällt dann quasi der Bus. Und dann, Moment, genau, hier kommt noch ein Brunnen hin und genau, hier kommen noch ein paar Falschparker. Das heißt, wenn ihr dann da mit dem Bus fahrt, dann habt ihr auch noch mal so Taxis, die da mal kurz anhalten und alles. Also, ja, lasst euch da mal überraschen, was das hier genau alles noch wird und wie das noch kommt. Also, wie gesagt, das ist eine Woche Bauzeit. Ja, ist halt noch weit entfernt von Fertigstellung. Und, ja, erkennt es denn jemand schon, was es wäre, vielleicht erkennt es ja der eine oder andere schon. Achso, ich kann euch noch was zeigen. Ach, jetzt bin ich gerade in Zeigelaune mit Neusprung starten. Das sind ja alles so Projekte, sag ich mal, wo ich gerade ran sitze. Das ist, da muss morgens nur irgendwie, sag ich mal, irgendein Lied laufen, was mich an irgendwo erinnert und dann baue ich an dem Tag an dieser Karte halt. zum Beispiel, jetzt heute ist hier, wo ich gerade bin, eine neue Attraktion eröffnet worden. Dann habe ich halt heute ein bisschen hieran gebaut. Guck mal, ich gucke mal gerade, ich will euch noch was zeigen. Das ist wirklich echt cool. Aber es ist halt auch noch fern, fern, fern von Fertigstellung. Das ist auf Zildorf, ist das. Ne, 6, ja, 649 könnte ich auch schon zeigen, aber das ist auch noch nicht so. Die ist halt noch weit, weit weg von Release. Da sind noch die falschen Objekte und ja, ich weiß nicht. Ja, wir können ja mal gleich wie viel Zeit haben wir denn noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich gucke hier, ich zeige euch noch ein gleiches Stück der 649, aber das ist wirklich noch weit entfernt von Release, also also, also wenn ich dann irgendwie nachher höre, äh, das geht aber gar nicht realistisch und dann, ja, ist es auch noch nicht, ist es auch noch nicht fertig. ja, Pommesbuden, David, Pommesbuden, David, warum nennt man sich Pommesbuden, David? Ja, was halte ich vom Palmer? Also, jetzt hatte mich den Tag schon jemand auf Discord im OmsiWebdisk gefragt, äh, also, ich kann euch das wirklich empfehlen, ja, OmsiWebdisk, äh, kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Ähm, auch den, äh, den Discord, äh, Kanal dazu. Da habe ich den Tag schon jemand gefragt, wie ich, wie ich jetzt, wenn ich so rückwirkend auf Palma blicke, wie mir das gefällt. Ja, Palma ist halt so eine Sache, ne, das ist ein Projekt aus dem Ausland, äh, wo viel, viel, äh, ja, Zeit, Mühe und, äh, vor allem auch sehr, sehr viel Geld, äh, reingeflossen ist in das Projekt, was ziemlich teuer war. Und, ähm, ja, am Anfang, also, es war in Ordnung halt, ne, es war auch vorzeigbar, also, es hat auch damals, glaube ich, zum Teil auch zur Unrechtkritik, äh, eingesteckt, zum Teil auch zu Recht, ne, also, jetzt, wenn ich rückwirkend, wenn ich jetzt Düsseldorf fertig sehe, und Wuppertal fertig sehe, ja, ne, man hat sich ja auch verbessert, wirklich, in der Zeit, sag ich mal, ne, also, das heißt, das, was ich jetzt, äh, mittlerweile an Erfahrung hab, ne, das ist ja schon weitaus, viel weitaus besser, als, sag ich mal, damals noch, äh, wo wir Mallorca, aber das ist halt das, was ich halt auch mache, ich lasse ein Projekt, wenn ich es angefangen hab, nicht einfach links irgendwo liegen und sag, ja, hier ist es auf dem Markt, Arschlecken, kostet es, was es wolle, so, ich bin ja, ich hab letztes Jahr, also Dezember noch, das müsst ihr euch mal überlegen, im Dezember hab ich noch ein Update für Mallorca gemacht, und jetzt, also wie jetzt Mallorca ist, also wenn er jetzt nochmal Mallorca spielen würde, äh, der hat natürlich ein ganz anderes Bild von Mallorca, als das, was damals zum Release rauskam, ne, das sieht ja ganz anders aus mittlerweile, ne, die Texturen sind alle noch ein bisschen schärfer, äh, es sind nochmal neue Hotels, äh, dazugekommen, die ja dann gebaut worden sind, und, äh, also das ist ja immer so ein, so eine Sache, ne, damals, ich meine, das ist jetzt auch schon, glaube ich, fast fünf Jahre her, Mallorca, ne, das ist schon ziemlich alt, sag ich mal, das Projekt, und trotzdem hab ich das noch letztes Jahr erneuert, mit, ähm, neuen Redesign, so, jetzt, Homsee sagt, er lädt irgendwas, ich weiß nicht, was er gerade lädt, ich hoffe, der schmiert mir jetzt hier nicht ab, bevor ich euch das zeigen kann, ja, die Aussage, ich finde den Bus nicht gut, ist halt immer so eine, Sache halt, ne, ich, ich persönlich bin ja selber an dem Bus auch nicht beteiligt, die Busse, äh, werden ja quasi auch immer gebaut, und, äh, deswegen kann ich das halt auch immer schwer, also, ich kann da schwer drauf Zugriff nehmen und sagen, das muss auch besser, oder das muss noch schlechter werden, oder, ich hoffe, ich kann, man kann, ich hoffe, ich kann es euch zeigen, ich weiß es nicht, doch, man kann es, doch, doch, man kann, man kann es sehen, so, also, das habe ich jetzt zum Beispiel für Düsseldorf auch gebaut, ne, und das ist auch wirklich noch mehr als Alpha, ne, also, ich meine, ich brauche euch nicht erzählen, dass das hier noch Alpha ist, wenn man das, wenn man hier vorbeifährt und das noch so sieht, also, das ist wirklich noch Alpha, ja, ich kann euch ja mal hier so die Strecke mal so ein bisschen zeigen, was ich bisher gebaut habe, ne, hier noch so einen schönen Bahnübergang, das ist auch sehr toll, dann, äh, die Haltestellen weiß ich gerade aus dem Kopf nicht, wie die alle heißen, also, kann ich euch jetzt gerade nicht so sagen, aber zum Beispiel dann hier, machen wir noch so ein paar, jetzt hier an der Haltestelle wieder, oder geht hier schön durch den Wald, oder durch den, ja, durch die Wallachei, sag ich mal durch, so, hier stehen eigentlich Häuser hier links, ne, ich habe die noch nicht abfotografiert, deswegen stehen hier auch noch keine Häuser, äh, genau, hier kommt auch noch mal so eine, ja, größere, größere Bahnhofshaltestelle, und da ist wirklich noch Alpha, ne, also wir sind wirklich weit entfernt von Release hier, äh, geschweige denn, wissen wir noch nicht mehr, ob wir das Ding überhaupt hier releasen werden, ich habe das jetzt eigentlich für mich privat erstmal nur gebaut hier, ne, also man sieht halt, so sieht das quasi aus, wenn man so nur die Strecke baut, ne, ich glaube hier ist dann auch schon eine Haltestelle, also es geht hier noch weiter, äh, das ist halt, äh, ja, das habe ich halt bisher gebaut, ne, ob ich das jemals in Release geben werde, oder nicht, das, äh, weiß ich noch nicht, ich habe das wie gesagt für mich privat jetzt erstmal hier, äh, vorgebaut, und, äh, ja, entweder, entweder lasse ich das privat, oder, ich weiß es noch nicht, also, das ist erstmal nur so, für mich erstmal, ein bisschen, ja, einfach mal ein bisschen was gebaut, was mich interessiert, so, jetzt wechseln wir ein weiteres Mal die Karte, ja, jetzt sehen wir, jetzt sehen wir leider das Stück hier nicht, das ist in der Mini-DLC drin, ich habe das Mini-DLC bei mir nämlich nicht, äh, auf Düsseldorf installiert, so, und jetzt gehen wir nach Wuppertal, so, Wuppertal, Wuppertal, so, ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Karte, weil ich habe ja auch so ein paar Experimentierkarten, damals angelegt, aber es dürfte, glaube ich, die richtige sein, ja, es ist die richtige, so, das brauchen wir zum Hauptbahnhof, ja, also, es wird keine U-Bahn-Mini-DLC geben, ne, also, also, die U-72, egal, ob ich die irgendwann releasen werde, die wird nicht kostenpflichtig werden, kann ich euch jetzt schon sagen, also, die wird entweder in Düsseldorf mit drin sein, oder wird in, äh, Mini-DLC, äh, M2 mit drin sein, oder irgendwie sowas, aber, das wird nicht, äh, die Linie wird definitiv nicht irgendwie separat als Mini-DLC oder so, verkauft, weil, ja, Straßenbahn ist halt so eine Sache halt, ne, immer, also, NF6, der ging ja damals, ne, und sicherlich wäre auch das Interesse groß, eine U-72, aber mit den ganzen Tunnelanlagen und alles, ne, der Aufwand wirklich für so eine Straßenbahn, also, ich habe das ja, nach der Straßenbahn habe ich gesagt, ich baue nie wieder ein Schienenfahrzeug, ne, weil das einfach so schwierig war, und, äh, ja, da habe ich ja nämlich doch nochmal mit an die Schwebebahn gesetzt, und nach der Schwebebahn habe ich wieder gesagt, ich werde nie wieder ein Schienenfahrzeug bauen, also, ne, ich, da wird nichts kommen, also, wenn ihr die mal irgendwann fahren könnt, dann müsst ihr die mit irgendeinem Straßenbahnfahrzeug fahren, was es schon gibt, also, ich werde da jetzt nicht, äh, wieder wochenlang, äh, an der Straßenbahn sitzen, oder monatelang an der Straßenbahn sitzen, äh, ne, das wird, also, der Aufwand ist einfach zu groß. so, ich lade gerade Wuppertal, er, er lädt etwas lange, ich hoffe, er lädt das, weil ich habe jetzt schon mit mir die dritte Karte gestartet, kann sein, dass da oben sie dann irgendwann sagt, nö, also, wenn jemand Bock hat, sage ich mal, eine Straßenbahn, zu bauen, die Düsseldorfer Rhein, hier diese, diese, äh, NF8U, glaube ich, ist das, ja, herzlichen Glückwunsch, du hast gerade, äh, äh, den Preis gewonnen, äh, dass du die bauen kannst, und, äh, ja, ich werde sie nicht bauen. ich könnte mir höchstens vorstellen, als ultra-low-KI-Fahrzeug, also, die Schwebebahn, da ist ja alles steuerbar, ne, da kann ich ja auf den Touch-Display drücken, da kann ich ja jeden Schalter betätigen, also, wenn, eine NF8U könnte ich mir höchstens mal vorstellen, so als ultra-low-Fahrzeug, also wirklich, wo ich quasi, ja, das Dashboard quasi sehe, aber ich da nichts drücken kann, sondern alles mit Tastatur oder so machen muss, ne, also, das könnte ich mir höchstens vielleicht mal vorstellen, doch noch zu machen, aber ich werde definitiv kein voll ausgestaltetes, und programmiertes, und projektierst das NF8U-Projekt beginnen. Das darf dann gerne jemand anderes tun. Ja, diese Bahnansagen, die habe ich vermisst, ne, die hat bestimmt noch nie jemand gehört von euch, wer Wuppertal gespielt hat, ne. Ein kleines nettes Detail, hat wahrscheinlich nie jemand gesehen. So. Ja, ich zeige euch jetzt mal die NF, ne, die NF6, sag ich schon, die, äh, 649, also die fährt vom Hauptbahnhof los, das Stück hier kennt ihr alle, das ist ja alles toll, da oben fährt die Schwebebahn, das gibt ja auch noch alles, das kennt ihr auch noch alles. So, und ab dieser Kreuzung ändert sich die ganze Welt. Es geht nach rechts. So, und wenn wir rechts gefahren sind, äh, geht's hier quasi die 649 Strecke. Und wie gesagt, das ist wirklich Alpha Stadium. Hier sind die realen Häuser noch gar nicht gebaut worden, das sind alles noch Dummies. Ja, okay, hier haben wir ein paar reale Häuser schon gehabt, aber der größte Teil ist noch Dummy Häuser, ja. Und dann geht's hier unter der Autobahn entlang, dann geht's hier hoch, die Straße hoch, dann fährt man hier durch die Straße lang, und dann geht's hier wieder die Straße hoch, mein Gott, hier sind so viele Bäume. Dann geht's hier weiter, dann geht's hier weiter, dann geht's hier weiter. Hier ist irgendwas, wird hier gerade neu gebaut, hab ich gesehen, glaube ich. Das ist jetzt aber auch schon fast ein Jahr alt. Jetzt hier die Straße weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Also wir fahren eigentlich quasi die ganze Zeit diesen riesigen Berg, äh, fahren quasi diesen riesigen Berg die ganze Zeit nach oben. So, sind wir hier oben angekommen an dem Berg? Ne, da geht's noch ein Stück höher. Achso, stopp. Hier links, das wird auch noch gebaut. Äh, wer die Endstation der 611 kommt, ähm, der kann dann hier quasi langfahren. Also hier ist die Endstation der 611. So, dann gehen wir wieder zurück. Also quasi ist das gar nicht so weit weg von der 611, wo die 649 fährt. So, und dann geht's hier noch weiter nach oben, noch weiter. So, und hier, quasi bis hier, ist quasi Wuppertal. Hier irgendwo, ich hab das Stück, ich glaube, gar nicht gebaut, oder? Ne, die Details kommen dann noch alle, aber hier steht irgendwo das Ein-Ausgangsschild für Stadt Wuppertal und, äh, wo es dann weitergeht, nach Fellbert. So, und hier kommt dann für die Leute, die wirklich diesen, äh, ja, Überland-Flayer mögen, ab hier geht's dann in diesen Überland-Uberland-Abschnitt rein. Mit Bushaltestellen natürlich. Ja, dann, hier kommen dann noch irgendwann Bäume und so hin, alles, das sieht dann alles auch schicker aus, und ein paar Felder kommen dann noch hin. Ach, dann geht es hier weiter, 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 Überland-Abschnitt, Überland-Abschnitt geht natürlich, im Übrigen reale Höhendaten, das sieht man ganz cool an, äh, ja, den Straßenunterschieden, hier an den Höhenunterschieden, der Straße. Ja, hier sieht man das auch, dass da noch reale Höhendaten sind, da muss ich dann nochmal nachjustieren. Äh, genau, hier eine Kreuzung, ich hab erst gedacht, die Straße, äh, da fährt der Bus lang, aber fuhr er dann noch nicht, also musste ich weiterbauen. Also bei Google Maps war das irgendwie so ganz komisch. So, dann gibt es, äh, weiter, 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 so, hier die S9-Strecke unter uns, von Puppertal-Aubbahnhof, so, dann fahren wir hier rechts, und dann geht es wieder weiter, Überland-Abschnitt, entlang der S9-Strecke, hier fährt die S9, auch nach Gladbeck, also das ist wirklich eine S-Bahn-Linie, die geht auch bis Gladbeck. Zu den Wurzeln, hier fährt noch das Bussartext, Schild, hier sind noch Locklücken, im Asphalt, so, dann fahren wir hier rechts, hier auch noch eine Lücke im Asphalt, also wie gesagt, das ist alles noch Alpha, noch nicht mal Beta, ne, also es hat noch kein Tester bisher bekommen, dieses, diesen Abschnitt, so, und bis, hierhin haben wir, sag ich mal, größtenteils, glaube ich, ja, sind wir jetzt größtenteils, sag ich mal, ja, mit der Bebauung, zumindestens, mit der landschaftlichen Bebauung durch, hier kommt noch ein Bahnhofsgebäude hin, da ist noch so ein Abstell, warum der gerade da so ein bisschen rumzickt, weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall lustig aus, irgendwo stimmt, der muss nicht, so, wie gesagt, dann, ich weiß gerade nicht, ich glaube, Philbert Neffiges oder so heißt das hier, kann das jemand sagen, wie das nochmal hieß, ich weiß es außen gerade nicht, aber auf der Haltestelle steht das ja hier, auf den Böden, ne, ich glaube, das ist falsch, ich glaube, da ist, Ziffer noch falsch, Moment, Rosenhügel Bahnhof, ja, das ist das, genau, und dann fährt der Bus hier weiter, so, und dann habe ich meinen Augen nicht trauen können, jetzt ist das hier natürlich noch nicht mit der Bebauung und alles so, aber der Bus fährt dann quasi hier durch, ja, durch diese, unglaublich ätzenden, engen Straßen, ja, fährt der Bus quasi durch, und dann auch hier, also hier habe ich selbst mit dem Auto gedacht, oh mein Gott, ne, das ging schon richtig steil ab hier, wie gesagt, der Bus fährt hier durch, und dann fährt der quasi hier lang, das ist wirklich noch, ne, das ist alles Alpha Stadium, das ist noch so weit entfernt von, von Fertigstellung, da sind noch so viele Gebäude, ich glaube, wir haben von 7, ach, 700, von 260 Gebäuden aktuell Fotos, und da fehlen uns noch welche, also, und wir haben glaube ich erst 7 Gebäude oder so fertig, also könnt ihr euch mal vorstellen, was das für eine Arbeit ist, ach so, genau, hier an dieser großen Kreuzung, ja, da fährt dann die 649, 649 fährt hier quasi runter, zu diesem kleinen Minibusbahnhof, jetzt weiß ich gerade auch nicht mal, wie der hier heißt, genau, der heißt Felbert Nebiges Markt, ja, da oben ist quasi da, der Bahnhof dann, auch von der S9 im Übrigen, so, und dann geht es wieder weiter, dann fährt er wieder hier rauf, dann fährt er nicht links nach Wuppertal, sondern fährt er rechts weiter nach Felbert, und dann fährt er hier wieder die ganzen Straßen hier rauf, tatatatata, dann dreht er wieder hier, hier hoch, hier so ein bisschen Septin mäßig fährt er, so, und dann fährt er wieder hier über Landabschnitt, ihr seht, den haben wir wieder fertig, auch wer sieht, wie in der Realität, ja, auch diese übergeneigten Kurven, ja, fährt hier quasi durch diesen ganzen Urwald hier durch, so, hier unten angekommen, fährt er nach rechts, hier nach oben, oh Wunder, böse Zungen an, nichts Gutes, es fährt hier eine Rheinbahnlinie, bevor jemand auf den Gedanke kommt, nein, wir bauen keine, auch wenn die Buslinie von hier nach Düsseldorf fährt, wir bauen jetzt keine Buslinie noch bis nach Düsseldorf von hier, auf jeden Fall fährt der Bus dann hier, hier ist wieder eine größere Kreuzung, hier fährt er auch noch geradeaus, hier durch so ein klein Minikreisverkehr, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, weiter geradeaus, also wie gesagt, das ist alles hier noch nicht fertig, man sieht das, keine Gebäude, kein nix, keine Details, Löcher noch im Asphalt, also das ist noch alles weit entfernt von Fertigstellung, hier, 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 ich glaube hier, ist ein Kaufhof, oder Kaufland, sorry, fährt er weiter, hier haben wir schon angefangen, die Markierung zu legen, für die, Fahrradfahrer, hier ist auch irgendwie eine größere Haltestelle, wie heißt die, Nikolaus-Illim-Gymnasium, weiter, 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 und dann kommen wir hier an die Endhaltestelle, Linie 649 an, am Felberzopp, also das wird irgendwann, äh, der Felberzopp, irgendwann, wenn er fertig ist, und hier haben wir schon ein Stück weiter gebohrt, weil, man muss ja zumindest noch so weit bauen, dass, äh, ja, man quasi nicht ins Kartenleere dann guckt, ja, also, das ist wirklich eine gigantische Linie, ja, also das ist, die ist wirklich lang, ja, also die M2 finde ich schon echt lang, aber die ist definitiv noch länger, ich glaube, die M2 ist 11 Kilometer lang, die ist 16 Kilometer hier lang, ja, also, das dauert, bis das hier alles noch fertig ist, ja, also, ähm, also ich glaube nicht, dass wir vor Dezember fertig sein werden, kann ich mir nur schwer vorstellen, also kann ich mir wirklich nur schwer vorstellen, aber wie ihr seht, es ist, äh, unglaublich viel schon gebaut worden, es ist, es fehlt unglaublich viel noch, ähm, ja, es fehlen noch, äh, viele reale Gebäude natürlich, ähm, ja, deswegen, es hat den Tag jemand, äh, gefragt, ja, wann ist es jetzt endlich fertig, äh, und, die ist auch schon so lange angekündigt, und, äh, ja, aber, ihr seht ja, die Linie ist auch wirklich sehr, sehr, sehr lang, und eine sehr lange Linie braucht einfach auch unglaublich viel Zeit, äh, umso länger die Linie natürlich, umso mehr Zeit braucht so eine Linie natürlich auch, ne, und, ja, deswegen ist auch manchmal eine Linie, die etwas kürzer ist, auch eher fertig als eine Linie, die natürlich etwas länger ist. So war es jetzt halt auch, dass die Metrobus-Line 2, äh, schneller fertig war als, äh, die Linie 640. Aber, das soll, glaube ich, nicht das große Problem sein, ne, jetzt hat man zumindest gesehen, dass da, äh, noch dran gebaut wird, dass wir das, äh, schon relativ weit auch gebaut haben, und, äh, ja, irgendwelche Fragen noch, weil, dann, äh, würde ich jetzt auch den Livestream dann wirklich beenden, nachdem ich jetzt euch, äh, quasi alle Projekte irgendwie gezeigt habe, woran ich aktuell baue. Ja, Pommesbuden, David, du darfst fragen, auch ohne Außenfragezeichen. Äh, wenn ihr Hilfe braucht, beim Upgrade von Ruhr, gebräuchte, könnte ich euch helfen, kommen wir aus dem Ruhrgebiet. Ja, also wir kriegen das schon selbst hin, es ist halt immer nur eine Frage der Zeit, wenn wir die Zeit haben, investieren wir die natürlich auch, äh, gerne, ne, jetzt wollen wir natürlich erstmal die 649 noch fertig machen, die M2 ist ja jetzt zum größten Teil fertig, da sind jetzt noch zwei Kleinigkeiten, die ich ausbessern muss, aber ansonsten passt das ja auch. Äh, Projeklappbeck darf man auch von Felbert aus selber Linien bauen und veröffentlichen? Na klar, du kannst jede Karte von uns erweitern. Ist kein Problem. Das ist ja bei allen unseren Karten möglich, der, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, irgendjemand wollte ja auch mal die 604 oder 608 weiterbauen, bis, äh, ich glaube auch bis Felbert, ne, kann das sein, oder auf jeden Fall wollte der auch diese eine Linie von uns weiterbauen und, äh, hat das aber nie gemacht irgendwie oder hat angefangen und hat aber dann irgendwie keine Lust mehr gehabt oder so. Also es gibt Möglichkeiten natürlich unsere Karten weiterzunehmen. Wir helfen euch natürlich auch irgendwo gerne dabei, ne. Ähm, ab wann wird der MAN Reinbahn Version fertig? Ja, MAN Reinbahn, da haben wir nach wie vor das Problem, dass wir keine Drehgenehmigung für den Bus bekommen. Also wir sind da aktuell tatsächlich auf Fotos angewiesen aus der Community. Also wir haben schon ein paar bekommen von einigen Leuten. Also wenn ihr irgendwie Fotos vom Innenraum des MANs habt, ja, also ein paar habe ich schon, so ungefähr 40 Stück oder so, aber umso mehr, umso besser. Also wenn ihr irgendwie Fotos noch habt von den MAN NG 313, von der Rheinbahn, dürft ihr uns das gerne zuschicken. Das würde uns echt verdammt helfen, äh, den Bus noch früher fertig zu stellen, als wir dann irgendwann die Drehgenehmigung bekommen. Wenn der Bus denn dann überhaupt noch da ist, wenn wir die Drehgenehmigung bekommen. Weil wegen Coronavirus aktuell haben wir wirklich massiv Probleme, ähm, äh, den, äh, ja, Fotos von diesem Bus zu bekommen. Der ist auch nicht mehr im Linieneinsatz. Der ist irgendwie als Fahrschulwagen, glaube ich, nur noch. Und, äh, ja, ja, also wenn ihr da, wie gesagt, vom MAN, äh, wo es noch, äh, irgendwelche Fotos irgendwo habt, ja, vom Innenraum, Dashboard, was auch immer, äh, IBIS, äh, wobei IBIS haben wir, glaube ich, schon, äh, aber von, äh, innen drinne, den Monitor oder so, von der Rheinbahn, ja, also schickt uns da gerne Sachen zu. Das würde uns echt helfen, den Bus noch schneller fertig zu machen. Ja, also daran hapert es aktuell. Wir hatten auch eigentlich nicht damit gerechnet, dass, äh, ja, Corona dann doch so lange, äh, uns alle beschäftigt. Ähm, deswegen hatte ich auch, äh, den eigentlich für Sommer angekündigt, weil wir eigentlich dachten, okay, bis zum Sommer ist das mit der ganzen Corona-Krise zumindestens zum großen Teil wieder gelegt oder Normalität eingekehrt. Ähm, was haben wir noch? Äh, kannst du die Linie 20 aus mit Kopol wieder einfügen? Alex, äh, die 266 ist aktuell deaktiviert. Das liegt daran, dass eine andere Buslinie aktuell noch den Linienverlauf fährt. Äh, müssen wir mal gucken. Sobald die Linien alle wieder fertig sind, können wir die auch alle wieder nach und nach freischalten. Dennis, 608 nach Ennepital von Arne J. Genau, das war's. Kannst du einen Einsatzwagen auf der 836 machen von Universität nach Kirchplatz abends? Äh, warum? Mach dir noch die anderen zwei MAN-Gelenkbusse? auch hier, äh, bei Buhr Rathaus, der ist immer noch nicht, äh, fertig. Kannst du die 388 und 300, äh, äh, Niklas, wir sind, äh, zwischen Fellbert und Uppertal gerade. Böse Zungen behaupten, Niklas, dass, äh, eventuell noch eine Erweiterung nach Fellbert von Düsseldorf kommt. Einen Spaß. Nein, 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 bloß keine doofen Gedanken. Kannst du die 388 und 392 fahren auf Ruhr? Aktuell gibt's keine Erweiterung für Ruhr. Äh, wäre cool, gibt's auf Amsteinbach. Uppertal-Linie 6, ja, okay. Also, wie gesagt, aktuell ist nur noch geplant, äh, 649, Uppertal, Metro-Bus-Linie 2 kommt nächste Woche Dienstag. Äh, RUST habe ich euch gerade auch schon gezeigt, äh, das kommt auch noch. Und, äh, ja, das sind die aktuellen Projekte. Und, äh, Ruhrgebiet, äh, sind wir gerade am neuen Liniennetz dran, Also, das sind aktuell die geplanten, ja, Updates, Projekte, whatever. Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, ich empfehle euch auf jeden Fall den Omzi Web Discord, ja, da bin ich auch immer anzutreffen, das heißt, ihr könnt mir da auch immer schreiben, das ist gar kein Problem. Ähm, wer Interesse hat, äh, ja, Niklas, aber das ist noch Alpha-Version, ne, nicht, dass du dich erschreckst, da stehen, da sind, äh, ein paar geparkte Fahrzeuge, ein paar Straßen, ein paar Markierungen. Ich wollte einfach nochmal zeigen, wie so eine Karte aussieht, wenn man die gerade anfängt zu bauen, also, das ist jetzt ja erst eine Woche alt, das Projekt. Ähm, ja, gut, so, das war's dann, ich wünsche euch wirklich jetzt einen, äh, ja, angenehmen Abend, und, äh, ja, freue mich dann, äh, demnächst, äh, die Metrobus-Linja 2, äh, dann, äh, euch auch in den Release zeigen zu dürfen, und, äh, bis dahin wünsche ich euch dann eine angenehme Woche, ein angenehmes Wochenende, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, und, äh, bis demnächst, tschüss.